Hallo Leute, mein Name ist Julius und heute werde ich ein Gameplay-Spiel hier auf Black Ops 2, denn es wurde gefragt, ob ich ein Black Ops 2 Gameplay machen kann. Und ja, hier ist das Video dazu. Ich werde zwei Spiele spielen und die erste erste Spiel werde ich Deutsch sprechen und das zweite Spiel Englisch. Und ja, hey guys, this is Julius. Today I'm gonna play Black Ops 2. So, hey, we're gonna play two rounds. And in the first round I'm gonna talk German, and in the second I'm gonna talk English. And we're gonna fight again. Let's try hardcore. I don't know if I'm able to fight a game, because my connection is not the best. Oh my god, it's so simple. I don't wanna delete them, but if you want to play with me, maybe sometime, just send me a French request. My name is Perfection of ASMR, like you see in the right top corner. Und ja, jetzt werde ich anfangen Deutsch zu sprechen oder Deutsch zu verlustern, wie man hier ausnehmen wollte. Und ja, ich hoffe mal, dass sie eigentlich nicht zu gut sind, oder? Ja, so einfach so rein. Und ja, sie wegzubekommen, also zu töten. Ich schulde nicht das Wort töten zu sagen, weil das ist so, ja, gerade so böse. Weil das so böse sich anhört. Ich möchte sie halt, ja, in dem Sinne schon töten, aber ich glaube, diejenigen, die auch S3 oder Xbox oder irgendwas anderes spielen, würden das verstehen. Oh mein Gott. Und ja, ich hatte ja gesagt, dass ihr in den Kommentaren schreiben sollt, was ihr sehen wollt. Und das war eines der Sachen, die jemand sehen wollte. Und deswegen machen wir es jetzt gerade. Oh mein Gott. Und ja, wenn du das sehen möchtest, wenn du mir das sagen möchtest, was ich spielen soll, dann sage mir da Bescheid. Und ich werde versuchen, das zu tun oder was. Halt mal ein Roleplay oder irgendwas. Dann werde ich versuchen, das zu tun. Und ja. Genau. Und irgendwo Drohne. Die Drohne bringt. Also man ist rechts auf welcher Streak man ist. Was das bedeutet. Das bedeutet. Möcher Geldstreak. Also man habe die Merkels. Es ist zu nahe als bei der Merkelsstreak dran. Und es gibt verschiedene. Ich habe hier die anfangs durch Streaks. Und ja, ich hoffe, dass ich sie erreichen werde. Ich gehe mal hier unten durch. Da ist doch schon meine Drohne. Ja. Ja. Nein. Okay. Ja. Deshalb, falls du etwas sehen möchtest, was... zu tun. Dann hast du auch irgendeine persönliche Aufmerksamkeit. Dass die auch zum ASMR, zum Trigger des ASMRs, eine große Rolle spielt. Und da auch diese Roleplays halt auch sehr benötig sind. Und wenn du willst, einen Namen lang gelernigt. In der nächste Feier. Ja. Jetzt wird sie auf eine Bezahl bezogen. Und das sollte sich nicht lohnen. Ähm. Ja, aber bleibt mir mal zu sehen. Dahinter so nicht was rauszumachen. Nein, 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 nein. Ähm. Okay. Ja, wir haben hier hinten schonmal... Ich werde hier unten mal die Hälfte platzieren. Damit, wenn er irgendwann hochkommt, ich versuche es mit der Merke. Ich weiß nicht, ob die hier spawnen oder ob da noch einer war. Ich will hier oben bleiben, weil ich denke mir, dass da ein guter Platz ist, um zu snipen. Wie ich das hier gerade tue. Und ich hoffe, euch gefällt das Gameplay auch. Und die Soundqualität ist etwas besser als beim vorherigen Gameplay von Minecraft. Oh, das ist eine sehr gute Sache. Und danke für die Erse Gordrone. Der Package. Oh mein Gott. Er war ein Trigger Finger. Da ist meine Erse Gordrone. Sie fliegt hier so. Und macht die Kürze für mich. Das war wirklich sehr, sehr nett. Danke, das Gordrone. Und da haben wir das Spiel auch schon gewonnen. Mit einem ganz kurven 12-5-240 Akademie. Das ist eigentlich sehr akzeptabel, würde ich sagen. Ja. Aber ja. Ich hoffe wirklich, dass die Soundqualität im Moment besser ist, als sie vorher war. Denn ich war da sehr, echt sehr zufrieden. Und falls du da kein Englisch sprichst, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und das war das zweite Spiel. Und ja. Ich werde schon mal Englisch zu sprechen. Ja. Okay. Hallo, Leute. Das ist mir. In Englisch. Und ich dachte, der Mann war gut. Ich meine, ich hatte 12 Kürze. Ich denke. Ich hoffe, ihr habt es gefallen. Ich hoffe, ihr habt es gefallen. Ich werde noch ein paar Runde machen. Before ich starte das Video. Und ich hoffe, ihr habt es gefallen. Wenn du so, dann können wir einen Like. Für noch ein Video. Ich weiß nicht. Die Bade Sache ist, dass du nicht machen. Ich meine, die ASMR-Videos machen kannst. Ich weiß nicht, ob du dann noch ein paar Leute machen kannst. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du hast es einen Beobacht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber in den ersten Teil. Du kannst das mit zwei Leuten machen. Ich glaube, es ist nicht so, wie ich meine im Moment habe. By the way, I hate EMP-Venades. Und die Schotgun. Got them, got them. Ich werde definitiv nicht mehr auf den Gleeren in diesem Spiel, weil ich nicht denke, dass ich es nicht. Und die Bewegung ist nicht so gut, ich weiß nicht, wie wir sehen, was wir können. Okay. Okay. Let's go this way. I like to smell your words. Yeah. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Where is he? Is he there? No. Sit down. 15 seconds here. Okay, let's go. I think they're spawning right there. Yes, they are. Let's go back inside of here, because if they run here, this way, I can easily kill them. Or here. I'm gonna go in there, spawn. I think you can hear my PS3 in the background. Progressing. Okay. Okay, I'm moving through this. Unfortunately. Okay, we found my UV. There's my UV. Oh, my God. It's okay. I got the UV. Okay. That's right. No, 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 no. No, 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 no. Okay. Three. One, two, okay. Alright. Oh, my. C4. Don't you want to kill me? What the value happened? It's because you throw your C4. Bad. Okay. Hard scooping. That's all you can do, right? Okay. I don't want to breach right now here, because the video is allocated to relax you. But you see, like here, I just play against some, let's call them noobs. Because, like, just hard scooping all the time. Let's get me at home. How did you get that one? You can leave it in my email, okay? If you want to, well, if you want me to do anything for you, like a roleplay, Okay. Tell me in the comments, please. How about Lucky? I have a tie right here. Okay. I'm sorry for that. I hope you didn't. I just scared you with this loud sound. Sometimes, I just, it's hard for me to talk English while I play a game. Because I have to concentrate while I play this game. I have to concentrate while I'm talking English. Here's a DSR, I'm playing C4. That's not even good. Okay, I think the shotgun, but I'm not going to rage. Yeah, I got someone who told me, hey Julia, can you make another Call of Duty game plan? Why not? Why not? And now I'm playing Black Ops 2 of the PSM 3. If you want to play with me, then add me Perfection of ASMR. Or It's going to be enjoyable for you. It's going to be enjoyable for you. I'm going to look at the Oscar H. Oh no. Silence, right? I hate this type of person. I couldn't have a scope now. Come on. I know it's not good at that. I try To get them. To get them. To not play. Oh, yeah. So, it was. But he died. So, I'm alright. I'm alright. Okay. I won the first game. The second game. So, it seemed like a little bit less. But I'm kidding him. I'm kidding him. Kinda. A little outscoping. But I don't care. Okay. I lost. But. Yeah. My first game. On this new account. And if you liked the video. Or if you enjoyed it. Or if you're all relaxing. Please tell me in the comments. If you didn't. Tell me why you didn't. Give me feedback. I would really appreciate that. And yeah. Goodbye. And take care. Bye. Bye.